Wenn ihr gerne Hamburger esst, würde ich euch dringend empfehlen, dieses Video zu schauen. Guten Tag, Könige! Wenn euch das Video gefällt, vergesst bitte nicht zu liken und zu abonnieren, um ein echter König zu werden. Glaubt mir, es funktioniert echt. Nummer 10 ist eigentlich gar nicht so verwunderlich, wenn man so darüber nachdenkt. Andererseits ist es einfach absurd. Bis zum Jahr 2003 war Kim Jong-il die einzige Person Nordkoreas, die E-Mails schrieb. Lasst das mal sacken! Nummer 9 handelt von der Geburt des Führers. Einer Legende nach hat ein doppelter Regenbogen und ein neuer glänzender Stern über dem Baekdu-Berg Nordkoreas die Geburt des Führers in 1942 angekündigt. Fun Fact! Nordkoreaner glauben, dass der Geburtstag, welcher Tag des leuchtenden Sterns genannt wird, auf der ganzen Welt gefeiert wird. Wenn ihr, wie ich, keine Ahnung habt, wann das sein soll, es ist der 16. Februar. Nummer 8. Esst ihr gerne Hamburger? Dann könnt ihr Kim Jong-il für die Kreation dieser Leckerbüßen danken. Kein geringerer als Kim Jong-il hat 1994 diese Köstlichkeiten angeblich bei einem Geistesblitz erfunden. So hat er sie Doppelbrot mit Fleisch genannt. Nummer 7. In 2007 wurde darüber berichtet, dass Kim angeblich Riesenhasen züchten wollte, um die Hungersnot in seinem Land zu bekämpfen. Ein ostdeutscher Bauer hat Hasen, welche so groß wie Hunde waren, gezüchtet und wurde anscheinend von Nordkorea gebeten, eine Hasenfarm aufzuziehen. Es wäre schon irgendwie interessant zu wissen, warum diese Idee nicht weiter verfolgt wurde. Oder wurde sie das vielleicht doch? Nummer 6. Es ranken sich viele Mythen darüber, wieso Kim Il-sung und sein Sohn Kim Jong-il nur per Zug gereist sind. Manche meinen, das hätte sicherheitsrelevante Gründe. Andere wiederum behaupten, beide hätten unter starker Flugangst gelitten. Wenn man bedenkt, was für ein Genie Kim Il-sung gewesen sein soll, verzeiht man dieses kleine Manko natürlich. Nummer 5. Kim Jong-il hat es angeblich geliebt, Eselfleisch zu essen. Auf einer Reise nach Moskau im Jahr 2001 hat er angeblich jeden Tag Esel und frischen Hummer gegessen. Angeblich hat er auch nur mit Stäbchen aus reinem Silber gegessen. Nummer 4. Wo wir gerade bei seinen Essgewohnheiten sind. Für zwei Jahre in den 90ern war Kim Jong-il der größte Einzelkonsument von Hennessy Cognac. Nummer 3. Vor den Festivitäten der Jugend und der Studenten in 1989 wollte Kim Jong-il kleinwüchsigen Nordkoreanern helfen, indem er ihnen eine Behandlung anbieten wollte, welche sie vor dem Event größer werden ließe. Tatsächlich aber wurden die Nordkoreaner, welche sich gemeldet haben, auf unbewohnte Inseln oder Dörfer deportiert, um ihre Gene aus dem Genpool der Nordkoreaner zu entfernen. Nummer 2. Benutzt ihr die Toilette? Natürlich, ihr seid ja auch keine Götter. In der offiziellen Biografie Kims auf der nordkoreanischen Regierungswebsite, welche mittlerweile offline ist, stand geschrieben, dass Kim sich nicht erleichtern musste. Diese These wurde später auch von Kang Chol-wan, einem Überlebenden aus einem nordkoreanischen Konzentrationslager, bestätigt. Dieser schrieb in seinen Memoiren die Aquarien von Pyongyang, dass sie perfekte Wesen waren, unbefleckt von jeglicher menschlicher Funktion. Ich war überzeugt, so wie wir alle, dass weder Kim Il-sung noch Kim Jong-il urinierte oder sich erleichterte. Wer könnte sich sowas auch von Göttern vorstellen? Nummer 1. Kim Jong-il hat beim Bowlen angeblich den perfekten Score von 300 Punkten erreicht. Und das noch dazu bei seinem ersten Mal. Beim ersten Mal golfen hat er elf Hole-in-Ones geschafft, was ihn zum besten Golfer der Welt macht. Seine 17 Bodyguards haben diese Meisterleistung natürlich bestätigt. Leider hat er sich danach für immer aus dem Sport zurückgezogen. Offiziellen Angaben nach konnte Kim mit nur drei Wochen gehen und mit acht Wochen sprechen. Als er auf der Kim Il-sung Universität studierte, hat er angeblich 1500 Bücher und sechs Opern geschrieben. Und das in nur drei Jahren. Seiner offiziellen Biografie zufolge waren die Opern besser als alle bisher Dagewesenen. Wenn euch unser Video über die fünf verrücktesten Mythen über Kim Jong-ils Vater Kim Il-sung gefallen hat, dann konntet ihr wohl euren Augen und Ohren nicht trauen, was Kim Jong-il so alles gemacht hat. Einfach verrückt. Danke fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, um ein echter König zu werden. Glaubt mir, es funktioniert echt. Schreibt uns außerdem in die Kommentare, welchen Mythos über Kim Jong-il ihr am verrücktesten fandet. Glaubt mir, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!